Jo, was geht ab? Ich hoffe, ihr habt Terrafox hier gesendet von der Erde. Heute spielen wir wieder ein neues Fan-Game, ein Fan-Game von Space Sandwich. Da spielt Sonic Threading Power Bar. Ja, ich spiele mal mit A und D, sowie mit IQ, KL. Hier geht nochmal in der Construction, hier steht drin, Controls und so weiter. Move left of right, und so ist der Leckerheit vielleicht vorab. Und ich weiß gar nicht, was man an dem Spiel machen soll, aber wir starten es einfach mal. Und man sieht es hier, also die Geschichte ist, dass die Schaos Computerspiel in einem Computer-Labor spielen. Da fahren wir wieder Strom aus, da kommt Sonic und seine Freunde zur Hilfe. Die wollen halt die Computer wieder anschmeißen mit so einem Laufband, also Sonic läuft über ein Laufband. Und äh, äh, ähm, generiert Strom für die Computer. Und äh, das geht dann halt eben so weiter. Moment, scheiße. Ich hab verloren. Nochmal. Ihr blickt nicht durch, wie das Spiel funktioniert. Ich drücke aber einfach mal irgendwelche Tasten. Und äh, 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 äh. 2.000 Punkte. Ich schreck das Spiel nicht. Ich schreck das Spiel nicht. Ich schreck das Spiel nicht. 1.000 Punkte, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. KKKKK schnell 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 vor unten. 2.000 Punkte. 3.000 Punkte. 4.000 Punkte. 4.000 Punkte. 4.000 Punkte. 5.000 Punkte. 5.000 Punkte. 5.000 Punkte. 5.000 Punkte. 5.000 Punkte. läuft sonik so auf manometer alter das macht hälzer unten was sollen die balken bedeuten ich drücke auf irgendwelche klöpfe ich drücke auch immer drauf und gucken was dass die dach haben uns noch drücken ich drücke auf irgendwelche klöpfe gleichzeitig für alle knöpfe gleichzeitig okay blickt ihr wie das spiel funktioniert ich nicht ich habe es nicht es ist aber ein zeug spiel sind irgendwas mit schnellen laufen also mit zwei charakteren also ist das super ne naja kommt noch kraft übrig damit sind hier noch einen hammern ja jeder hat einen hammer ich habe keine ahnung wie das spiel funktioniert aber es macht spaß ich weiß noch nicht wie das spiel endet und so aber irgendwie naja ok kann nach links und rechts laufen muss ich auch noch machen ja heute ist das nicht ein spannendes gameplay ich bin voll gehypt ich schau dir mal an boah ich drücke knöpfe meine hand tut schon weh ja problem ist ein wenig mein computer stuhl ist kaputt und jetzt ist sehr auf die unterste schiene gestellt also soweit noch erst ein bisschen zu tief für mich kann ich auch nicht mehr höher stellen was kaputt gegangen ist die fede oder was auch immer ich weiß noch nicht warum die jetzt raus verlieren aber ok ihr habt das spiel gesehen ich höre jetzt auf meine hand tut schon weh vom dauernd von klöpfe drücken oder so geht es hier noch sehen schein in stilungen ooooh ja vielleicht hat es euch gefallen und euch vielen dank fürs zusehen bleibt gesund es gibt noch einen Daumen hoch für euch fürs zugucken hier kommt der tschüss Leute tschau tschüss